Hallo allerseits, ich bin der Pandur und ich möchte euch in diesem Video die wichtigsten Entscheidungen der Mass Effect Reihe näher bringen. Damit sind gemeint Entscheidungen, die im Spielverlauf von Mass Effect 1 treffen könnt und die Auswirkungen auf Mass Effect 2 oder Mass Effect 3 haben. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal Mass Effect 1 durchgespielt habe, war der zweite Teil bereits erschienen. Und mir haben Leute erzählt, es gibt alle möglichen Sachen, die man in Mass Effect 1 machen kann und die Auswirkungen dann auf den nächsten Teil haben. Und als ich das ausprobiert hatte und Mass Effect 2 dann letztlich gespielt habe, fiel mir auf, dass ich von jedem irgendwie eine blöde E-Mail bekomme. Und so ist es tatsächlich. Also von ganz vielen Sachen, die ihr entscheiden oder machen könnt in Mass Effect 1 ist es einfach so, dass derjenige euch dann im zweiten Teil eine E-Mail schickt oder ihr einfach gar nichts mehr von diesem hört. Oder eine andere tolle Sache ist dieses streitende Paar, was es auf der Seite gibt und wo ich dann gehört habe, ja, wenn man den Streit erlöst, also die Quest erledigt, dann sieht man die in Mass Effect 2 und 3 wieder. Und ich muss sagen, es stimmt. Man sieht sie schlechtlich in Mass Effect 2 wieder, wie ihr hier sehen könnt. Das soll genau dieses Paar sein. Es streitet wieder. Es hat ein neues Streitthema gefunden für ihren Jungen, aber man kann in dem Fall gar nichts mehr mit denen machen. Und in Mass Effect 3 könnt ihr sie auf der Citadel ebenfalls wieder treffen. Aber das ist ja keine wichtige Entscheidung, die ihr da getroffen habt, weil egal was ihr denen in Mass Effect 1 gesagt habt, es nimmt keinen Einfluss auf Mass Effect 2 oder 3. Und was ich euch in den nächsten Minuten somit zeigen möchte, sind also wirklich Taten, die eine Veränderung in Mass Effect 2 oder 3 mit sich bringen, wenn ihr etwas Bestimmtes in Mass Effect 1 gemacht habt. Ich werde nun versuchen, diese Punkte ungefähr in der normalen Spielablauf-Reihenfolge von Mass Effect 1 durchzugehen. Ach ja, theoretisch wäre dann bei dieser Reihenfolge auch Harkin der Erste, den ihr in Koras Nest treffen könnt. Und wenn ihr mit dem geredet habt, dann ändert sich der Initiationsdialog in der Loyalitätsmission von Garox in Mass Effect 2. Und bla, interessiert auch nicht. Also, wenn sich jetzt nur ein Satz in der Diskussion geändert hat, werde ich das in diesem Video auch nicht weiter erwähnen. In diesem Sinne möchte ich jetzt ganz am Anfang auf der Citadel beginnen. Genauer gesagt bei Conrad Werner. Der hat diese Quest, der Fan, die quasi drei Abschnitte hat. Also, den könnt ihr dreimal im Spielverlauf treffen und dann immer ihm etwas raten, beziehungsweise ihn vertreiben oder sonst was. Das erste Mal trefft ihr ihn ganz normal so, wenn ihr einfach die Citadel erkundet. Das zweite Mal, nachdem ihr zum Spectre ernannt werdet. Und das dritte Mal dann, sobald ihr diese ersten drei Kernwelten, nenne ich sie mal, abgeschlossen habt. Also, Serum, Feros und Noveria. Wenn ihr diese drei Treffen absolviert habt, egal was ihr zu Conrad gesagt habt, dann taucht er es tatsächlich in Mass Effect 2 wieder auf. Und zwar in der kleinen Bar auf Illum. Und an der Stelle bekommt ihr dann quasi eine zusätzliche Quest. Also, die Quest würde es tatsächlich in Mass Effect 2 nicht geben, wenn ihr die Fan-Quest in Mass Effect 1 nicht abgeschlossen habt. Ihr könnt also zumindest ein paar Erfahrungspunkte mehr rausholen, wenn ihr schon in Teil 1 mit Conrad Werner redet. Bei dieser Quest in Mass Effect 2 müsst ihr dann dafür sorgen, dass Conrad Werner am Leben bleibt. Denn der hat sich mal wieder in die Scheiße geritten, eigentlich so wie er es in Teil 1 auch macht. Und da müsst ihr ihn rausziehen. Und wenn euch das gelungen ist, dann seht ihr ihn tatsächlich in Mass Effect 3 nochmal wieder. Und, ja, da taucht er dann nur so nebenbei in einer ganz anderen Quest auf, in der er eigentlich nicht erscheinen würde, wenn ihr ihn nicht gerettet hättet. Und dadurch bekommt ihr dann einen ganzen Kriegsaktivpostenpunkt. Also generell sind Kriegsaktivposten quasi die Währung von Mass Effect 3. Und je mehr ihr davon habt, desto besser wird das Ende des Spiels. Aber es gibt wirklich keinen einzigen Kriegsaktivposten in ganz Mass Effect 1, der so gering ist wie der von Conrad Werner. Also ein Punkt. Alle anderen Kriegsaktivposten liegen zwischen 5 und 300 Punkten. Aber ihr könnt tatsächlich auch 5 Punkte rausschlagen, also 4 weitere, wenn ihr in Mass Effect 1 3 weitere Sachen macht. Und zwar die Datenrettung-Mission auf Ferros, dann die Asari-Schriften-Mission und die Elkos-Lizenz kaufen. Aber ich weiß nicht, ob dieser echt immense Zeitaufwand, den ihr da in Mass Effect 1 verbringt, diese 4 bzw. 5 Punkte wert sind. Das müsst ihr jetzt selbst entscheiden. Auf alle Fälle hat es zumindest eine kleine Veränderung herbeigeführt, wenn ihr mit Conrad Werner dreimal im ersten Teil interagiert. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, der schon ein bisschen wertvoller ist. Nämlich dem Planeten Ferros, was ja so der zweite Kampagnenplanet ist, glaube ich jedenfalls. Und am Ende dieser Mission könnt ihr euch entscheiden, die ganzen Kolonisten zu retten. Also indem ihr Granaten mit Betäubungsgas benutzt oder sie niederschlagt oder sonst was. Für vorbildliche Charaktere ist das ohnehin sehr zu empfehlen. Aber es hat tatsächlich auch Auswirkungen auf die nächsten Mass Effect Teile. Denn genau wie bei Conrad Werner bekommt ihr durch die Rettung der Kolonisten ebenfalls eine zusätzliche Mission in Mass Effect 2. Also wenn ihr da auf Illium seid, dann könnt ihr zu den Märkten im Süden gehen und da trifft ihr dann eine Repräsentantin der Zeus-Hope-Kolonie. Das ist entweder diese Dame oder wenn ihr Shiala auch noch gerettet habt, wäre das Shiala. Da könnt ihr also ebenfalls nochmal im Folgeteil XP abgreifen. Und direkt nachdem ihr diese Kolonisten bereits betäubt habt, geht ihr runter zu dem Torianer. Also dieser riesigen alten Pflanze oder was das sein soll, die dann immer so Azari-Klone ausspuckt und gegen die ihr erstmal so quasi als Endgegner kämpfen müsst. Habt ihr diesen Boss besiegt, dann kommt Shiala aus dem Kokon und gibt euch den Dechiffrierer. Und ihr könnt dann wiederum entscheiden, ob sie der Kolonie dienen soll, also die mit aufbauen soll oder ihr Shiala erschießt. Und ich würde an der Stelle empfehlen, dass ihr sie die Kolonie aufbauen lasst, auch wenn ihr das eventuell an der Stelle nicht mehr braucht. Also ihr könnt schon genug Punkte dadurch erwirtschaftet haben, dass ihr Kolonisten gerettet habt und die Exogeni-Forschungsstation beibehaltet etc. Aber wenn ihr tatsächlich die Kolonisten gerettet habt und Shiala nicht getötet habt, dann erhaltet ihr in Mass Effect 3, nachdem ihr auf Tujanka wart, eine E-Mail von Shiala. Und dadurch erhaltet ihr wiederum einen Kriegsaktivposten und der ist ein bisschen mehr wert als der von Conrad. Damit komme ich zum dritten nützlichen Punkt, nämlich dieser Reportring, Kalisha Al-San Jilani oder keine Ahnung wie sie heißt. Ihr könnt sie jedenfalls auf der Citadel in diesem C-Sicherheitsturm treffen, nachdem ihr diese erste Kampagnenwelt abgeschlossen habt. Und an dieser Stelle könnt ihr Kalisha dann ein Interview geben. An dieser Stelle scheint es erstmal nur wichtig zu sein, was für Antworten ihr gegeben habt, dass das irgendwelche Auswirkungen hier in Mass Effect 1 hatte. Der Rat euch vielleicht dann beschimpft oder keine Ahnung was. Aber das interessiert alles überhaupt nicht, das hat nicht wirklich eine Auswirkung. Und ehrlich gesagt, seht ihr Kalisha so oder so in Teil 2 und 3 wieder. Es ändern sich durch eure Taten in Teil 1, in Teil 2 dann nur ein oder zwei Sätze bei dem nächsten Interview. Das Witzige ist eigentlich, dass ihr Kalisha ja in Teil 1 schon schlagen könnt in dem Interview. Also je nachdem, was für Antworten ihr wählt. Und in Teil 2 könnt ihr das dann wieder. Und wenn ihr das tatsächlich gemacht habt, dann hat sie in Teil 3 hinzugelernt. Und wenn ihr sie dann wieder schlagen wollt, dann schlägt sie tatsächlich Shepard und weicht ihm natürlich aus. Das ist ein witziges Gimmick, aber was interessant ist, dass wenn ihr sie die ganze Zeit nicht geschlagen habt, also weder in Teil 1 noch in Teil 2 und das in Teil 3 auch nicht macht, dann bekommt ihr doppelt so viele, also 10 statt 5 Punkte für den Kriegsaktivposten, dass ihr also 3 Interviews gegeben habt. In diesem Sinne hat das Interview tatsächlich eine kleine Bewandtnis für die folgenden Mass Effect Teile. Somit möchte ich zu Noveria übergehen und komme da zu Gianna Parasini, also dieser Adjutantin, Sekretärin von dem Oberhaupt hier in dem Noveria-Raumhafen. Ihr könnt hier ja auf unterschiedlichen Wegen an den Zugang zu Gipfel 15 kommen, also dass ihr in die Garage dürft und weiterfahren dürft und bei einer Möglichkeit würde es passieren, dass Gianna stirbt. Wenn ihr wiederum in Mass Effect 2 eine weitere Quest wollt, solltet ihr das verhindern. Am besten helft ihr stattdessen Gianna, hier ihren Boss zu stürzen, weil, ja, ich spoilere ja sowieso hier in diesem Video immens, von daher kann ich das auch sagen, sie möchte ihn halt überführen und dabei könnt ihr Gianna unterstützen. Und in dem Fall seht ihr sie dann wiederum auf Illium wieder, wo sie euch halt eine weitere Quest gibt. Wir bleiben auf Noveria, ganz am Ende dürft ihr ja Matriarchin Benesia bekämpfen. Das Wichtige an diesem Kampf ist gar nicht Benesia selbst, sondern die Rachni-Königin im Hintergrund, mit der sie sich beschäftigt hat. Nachdem Benesia gestorben ist, könnt ihr mit der Rachni-Königin reden, die über den Körper einer toten Asari-Kommandoeinheit oder wie auch immer die Viecher da hießen, mit euch redet. Ihr müsst in diesem Augenblick entscheiden, ob ihr die Rachni-Königin freilasst, was erstmal relativ böse scheint, weil die ja für einen riesen Krieg gesorgt hat, also dieses Volk, aber ihr quasi Genozid begehen würdet, wenn ihr sie töten würdet. Eure beiden Squad-Mitglieder, die ihr mitgenommen habt, die spielen dann auch so ein bisschen Engelchen und Teufelchen auf eurer Schulter und sagen hier, bitte töten oder verschonen sie doch etc. Und diese Entscheidung ist tatsächlich relativ wichtig. In Mass Effect 2 merkt ihr davon eigentlich noch nichts. Also wenn ihr wirklich aufmerksam seid, dann könnt ihr vielleicht auf Illium in den Nachrichten auffangen, dass irgendwie Rachni gesichtet wurden oder die Rachni ums Leben gekommen sind oder sonst was. Irgendeine Nachrichtenmeldung zu den Rachni halt. Aber in Mass Effect 3 gibt es einen Planeten, der von den Rachni bevölkert wird. Und wenn ihr dort am Ende seid, schon wieder unzählige Rachni abgeschlachtet habt, genau wie auf Noveria, dann kommt ihr erneut zu der Rachni-Königin. Und wenn ihr die gerettet habt, dann erkennt sie euch halt wieder. Ihr dürft dann, beziehungsweise müsst an dieser Stelle wieder die Entscheidung treffen, ob ihr die Rachni-Königin am Leben lasst oder tötet. Und wenn ihr sie am Leben lasst, dann wird sie zu einem ziemlich gewaltigen Kriegsaktivposten. Zugegebenermaßen muss ich an dieser Stelle sagen, wenn ihr sie am Leben lasst, wird auch der Kriegsaktivposten der Krogana ein bisschen geringer. Also der Vorteil ist nicht ganz so riesig. Aber es führt eine Veränderung herbei. Und wenn ihr die Rachni-Königin getötet habt, dann findet ihr an der gleichen Stelle in Mass Effect 3 so einen Klon quasi von der Königin wieder. Da habt ihr auch die gleichen Optionen. Also könnt ihr auch wiederum am Leben lassen. Aber der Unterschied ist, der Klon würde euch betrügen. Also falls ihr den Klon dann am Leben lasst, dann zieht sich dieser Kriegsaktivposten nach zwei oder drei Missionen zurück und ihr habt quasi einen Verlust. Ich würde euch daher in Mass Effect 1 dazu raten, diese Rachni-Königin einfach laufen zu lassen und dann in Mass Effect 3, wenn es soweit ist, abzuwiegen, was euch besser gefällt. Ist auf alle Fälle die bessere Option, als die Königin umzubringen. Damit ist Noveria jetzt abgeschlossen und ich wollte eigentlich zu Wörmeier übergehen, wo es tatsächlich die meisten Entscheidungen gibt. Aber bevor ich da hinkomme, muss ich noch eine Sache vorwegnehmen. Also auf Wörmeier könnt ihr was zu Wrax entscheiden und Wrax kann man am Anfang auf der Citadel tatsächlich nicht rekrutieren. Also ihr könnt Wrax tatsächlich aus dem Weg gehen, indem ihr einfach Garros' Geschichte drangnehmt, also als er zu der Krankenstation und nicht in Koras' Nest geht und so weiter und den vollkommen ignorieren. Wenn ihr das macht, hat das quasi die gleiche Auswirkung, als wenn Wrax getötet worden wäre. Das heißt, auf dem Urtnot-Thron von Tujanka sitzt dann nicht Urtnot Wrax, sondern Urtnot Wreef. Das ist eine der vielen Veränderungen, die es in der Mass Effect-Reihe gibt. Also falls irgendeine Person gestorben ist, wird sie im Folgeteil durch eine andere Person ersetzt, die minimal anders aussieht und einfach einen anderen Namen hat. Ihr könnt das an dieser Szene sehr schön sehen, wo einfach entweder Urtnot Wreef auf dem Thron sitzt oder Urtnot Wrax. Und damit komme ich jetzt tatsächlich zu dieser Urtnot Wrax-Entscheidung auf Wörmeier. Also sobald ihr an der Basis der Salarianer angekommen seid, dann erzählt ja Käpt'n Kiri von diesem Heilmittel gegen die Genophage. Die Genophage ist ein Thema der Kroganer, was sich durch die ganze Mass Effect-Reihe zieht. Also davon werdet ihr in Mass Effect 2 wieder was hören und was entscheiden können und in Mass Effect 3 dann auch. Zunächst einmal vorweg zu dieser Mass Effect 1-Situation. Also wenn ihr sehr wenig Squad-Mitglieder rekrutiert habt, dann gibt es diese Diskussion gar nicht, dann ist das kein Problem, weil Wrax dann quasi bleiben muss. Außerdem könntet ihr zunächst mal Wrax Familienrüstung-Quest erledigt haben und dann ist Wrax bereits so loyal, dass die Situation sich ebenfalls von alleine löst. Ansonsten braucht ihr hier Schmeicheln bzw. Einschüchtern Stufe 8, um diese Situation lösen zu können. Also friedlich lösen zu können. Die anderen Ausgänge führen alle dazu, dass Wrax stirbt. Also entweder er schießt ihr Wrax oder Ashley, er schießt Wrax oder sonst was in der Richtung. Und erstmal ergibt sich in Mass Effect 3 das gleiche Szenario wie in Mass Effect 2. Das heißt, ihr habt die gleiche Szene mit einem etwas anderen Charakter. Also wenn Wrax lebt, dann übernimmt er hier halt die Führung der gesamten Kroganer. Und wenn Wrax tot ist, dann übernimmt die Rolle mal wieder Woodnot Vreef. Insofern keine sonderlich große Veränderung, muss ich sagen. Und in dieser Standard-Weltlage, also wenn ihr ein ganz normales Mass Effect 3 Game startet, ohne dass ihr einen Charakter importiert, ist Woodnot Vreef auch derjenige, den ihr da seht und nicht Woodnot Vrex. Aber wenn ihr auf Tujanka dann letztlich die Genophage heilen sollt, macht es tatsächlich einen Unterschied, ob Vrex lebt oder Vreef der Anführer ist. Wobei ich euch jetzt gar nicht die Entscheidung abnehmen möchte, ob ihr Vrex oder Vreef hier haben möchtet. Denn es gibt da unterschiedlich schwierige Situationen. Also wenn ihr zum Beispiel die Genophage da sabotieren wollt und wollt, dass Morden Solis, den ihr gerade im Bild seht, überlebt, dann müsste Vrex wiederum tot sein. Ansonsten lässt er sich gar nicht überzeugen, das zu sabotieren. Und im Gegensatz zu Vreef findet Vrex das tatsächlich heraus, dass ihr die Heilung der Genophage sabotiert habt. Vreef schnallt das überhaupt nicht, dass sein Volk weiterhin impotent ist. Es ist also nicht unbedingt der Riesenerfolg, wenn ihr Vrex am Leben lasst. Aber ich finde es irgendwie ziemlich cool und ich halte Vrex für den coolsten Charakter in dieser Serie beziehungsweise das beste Squad-Mitglied, was man haben kann. Und wohingegen man die meisten Squad-Mitglieder aus Mass Effect 1 in den Folgeteilen gar nicht mehr spielen kann, gibt es in Mass Effect 3 tatsächlich die Möglichkeit, Vrex nochmal in seiner Squad zu haben. Zwar nur mit diesem Landurlaub-DLC, aber dann ist er wirklich extrem cool drauf. Also ich habe noch nie ein so cooles Skript gesehen für eines der Squad-Mitglieder. Vrex ist der einzige Nahkämpfer, den ich im Spiel gesehen habe. Also der rennt ständig los und schlägt Leute im Nahkampf K.O., ballert wirklich so wild um sich, wie ein Kroganer das machen sollte. Ich selbst würde also dazu raten, hier wirklich ein bisschen Anstrengung an den Tag zu legen und Vrex leben zu lassen. Womit ich zum zweiten wichtigen Charakter hier auf Vermeyer komme. Er fällt überhaupt nicht auf und es fällt auch überhaupt nicht auf, dass ihr hier eine wichtige Entscheidung treffen könnt. Gemeint ist dieser Zadarianer hier im Bild, Captain Kiri oder wie auch immer man ihn aussprechen mag. Ihr müsst nach dem Gespräch mit dem Captain hier die Basis von Saren stürmen. Und dabei könnt ihr ein paar optionale Ziele mitnehmen. Nämlich diese Satellitenverbindung oder diese Funkverbindung hier zu zerstören. Also an der Abzweigung, an der ersten rechts abbiegen, nach Norden gehen und da dann alles abknallen. Anschließend dringt ihr ein bisschen weiter vor. Ihr seid noch immer nicht in der Basis selbst drin, sondern kurz davor, ebenfalls wieder im Norden, gibt es so eine Tankstelle, die von ein paar Gäß-Angriffsdrohnen verteidigt wird und zugegebenermaßen recht schwer zu zerstören ist, weil diese Drohnen ganz gut drauf sind. Aber auch das solltet ihr machen und dann geht ihr über diesen, ich sag mal, Nordeingang in die Basis rein. Ich sag das extra, weil ihr tatsächlich auch über die Kanalisation reingehen könntet. Falls ihr an dieser Konsole seid und entscheidet, ob ihr den Salarianern zusätzliche Gäßkräfte auf den Hals setzt oder nicht, dann macht es lieber nicht. Wenn ihr das jetzt alles gemacht habt, also den Salarianern alle Probleme vom Hals geschafft habt, dann überlebt Captain Kyrie diese Mission und ihr trefft ihn erstmal nur im Frachtraum der Normandy wieder. In Mass Effect 2 verändert sich dadurch auch nur ein kleiner Dialog. Aber in Mass Effect 3 trefft ihr dann mittlerweile Major Kyrie tatsächlich wieder und zwar hier auf Surcash und da ist er schon erheblich cooler drauf als sein Lieutenant Thor-Fan-Gegenstück, was ihr dort erleben würdet, wenn Kyrie in Mass Effect 1 gestorben wäre. Das Entscheidende ist aber eigentlich erst die Ermordung des salarianischen Ratsmitglieds innerhalb von Mass Effect 3. Hier würde normalerweise Kai Leng das Ratsmitglied töten. Aber wenn Captain bzw. Major Kyrie Mass Effect 1 überlebt hat, dann schmeißt er sich zwischen den Attentäter und das salarianische Ratsmitglied und rettet diesem das Leben. Zugegebenermaßen muss ich sagen, dass es auch noch eine zweite Möglichkeit gibt. Also wenn ihr es schafft, dass Zane Kryos in Mass Effect 2 überlebt, also die Selbstmordmission am Schluss und so, komplizierte Sache, erkläre ich in einem anderen Video. Wie auch immer, dann kann der ebenfalls diesem Ratsmitglied das Leben retten. Major Kyrie ist in dem Fall also nur die zweite Wahl. Aber immerhin ist es möglich, dass er hier etwas tut. Und das ist schon mal ziemlich cool. Das ist eine Sache, die ihr normalerweise nicht seht, wenn ihr einfach mit der Standard-Weltlage spielt. Ich schreite mal voran hier auf Wörmeyer weiterhin. Wir sind mittlerweile in Sarens Festung eingedrungen und auf dem Weg zu diesem zweiten Sender. Und da findet ihr dann so eine Asari-Wissenschaftlerin in einem der Büros. Rana Sanoptes oder so heißt die. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber wie auch immer, in dieser Situation habt ihr wiederum die Möglichkeit, Rana am Leben zu lassen oder zu erschießen. Und wenn ihr Rana laufen lasst, dann könnt ihr sie auf Corlus in dem Labor von Overlord Ukir wieder treffen und erneut laufen lassen. Ehrlich gesagt habt ihr dann hier nicht mehr die Wahl, sie zu erschießen oder sonst was. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da rennt sie dann wirklich einfach nur noch weg. Und das war es leider auch schon. Also das hat jetzt keine coole Bewandtnis. Aber in Mass Effect 3 könnt ihr dann quasi wieder eine E-Mail lesen. Nein, ganz so toll ist es nicht. Aber in Mass Effect 3 gibt es so ein Infobroker-Terminal von Liara. Und da könnt ihr dann einen Bericht darüber lesen, dass Rana von den Reapern indoktriniert wurde und getötet wurde. Spulen wir nochmal ein, zwei Minuten zurück. Am Anfang von Vermeyer, hier in dem ersten Gespräch mit Captain Kyrie, konntet ihr entscheiden, ob ihr Ashley oder Kaidan diese Bombe platzieren lasst. Das ist an der Stelle noch nicht wirklich ausschlaggebend. Das ist egal, wen ihr wohin schickt. Aber wenn ihr dann ein bisschen weiter innerhalb dieser Mission vorgedrungen seid und so kurz vor dem Showdown seid, dann müsst ihr eine lebenswichtige Information treffen. Also es hat sich dann so eine blöde Situation ergeben, dass weitere Gast-Truppen anrücken und nicht mehr beide von eurer Squad entkommen können. Ihr müsst also entscheiden, einen zurückzulassen und einen mitzunehmen. Also entweder überlebt Kaidan oder Ashley. Das scheint an dieser Stelle eigentlich auch eine größere Sache zu sein, als es ist. Aber im Endeffekt ist es so, dass diese beiden Personen in Mass Effect 2 kurz und in Mass Effect 3 wieder länger mitspielen. Generell möchte ich vorwegnehmen, wenn ihr Mass Effect 2 oder Mass Effect 3 mit einem Standardcharakter spielt, dann werdet ihr immer das geschlechtlich gegenteilige Gegenstück haben. Also soll heißen, wenn ihr einen weiblichen Charakter spielt, dann wird euch immer Kaidan in Mass Effect 3 zur Seite gestellt und wenn ihr einen männlichen Shepard spielt, dann habt ihr Ashley an eurer Seite. Und die beiden füllen wirklich eine absolut identische Rolle aus. Also die Charaktere machen handlungsmäßig immer genau das gleiche. Es ist mehr oder weniger eine optische Frage, wen ihr lieber mögt. Glücklicherweise verändern die sich zum Positiven in den Folgeteilen. Aber ihr könnt halt quasi jetzt in Mass Effect 1 entscheiden, welches Squad-Mitglied ihr in Mass Effect 3 haben möchtet. Und ich muss sagen, als Squad-Mitglied unterscheiden sie sich tatsächlich ein wenig. Also sie haben unterschiedliche Fähigkeiten, sie haben eine unterschiedliche Bewaffnung und sie verleihen Shepard andere Bonuskräfte. Also Ashley verwendet zum Beispiel Sturmgewehre und Präzisionsgewehre und Kaidan Sturmgewehre und schwere Pistolen. Kaidan gibt euch in Mass Effect 3 die Bonuskräfte Barriere, die ich eigentlich ganz cool finde, und aufspalten. Wohingegen euch Ashley Schütze und Inferno-Granate verleihen würde. Außerdem ist da natürlich die Romanze-Option. Also ihr könnt sowohl Kaidan als auch Ashley in Mass Effect 3 wieder daten, wobei Ashley nur an männlichen Shepherds interessiert ist und Kaidan so ein bisschen bisexuell wird und es eigentlich mit jedem treibt. So, und damit habe ich jetzt noch drei Entscheidungen übrig, beziehungsweise drei Taten. Was ihr hier gerade seht, ist diese Luna-Mission, also quasi diese Klassenspezialisierungs-Mission, die es in Mass Effect 1 gibt. VI außer Kontrolle oder so heißt die. Ich denke mal, die sollte jeder eigentlich gemacht haben. Aber bei dieser Standard-Weltlage von Mass Effect 2 und 3 hat man die komischerweise nicht erfüllt. Ist eigentlich nicht so wirklich relevant. Aber wittigerweise entwickelt sich da etwas raus. Also mit dieser KI habt ihr tatsächlich in Mass Effect 2 und 3 wieder zu tun. Auch wenn ihr das erst am Ende von Mass Effect 3 erfahrt. Also wenn ihr da im Cerberus-Hauptquartier seid, dann könnt ihr euch so ein Video ansehen. Und in dem Video wird dann enthüllt, dass die KI von Cerberus in die Normandy implementiert wurde und quasi im zweiten Teil zu EDI wurde. Und das ist wiederum eine Sache, die versteht man in Mass Effect 3 überhaupt nicht. Wenn man mit der Standard-Weltlage gespielt hat, dann gibt es diese Enthüllung, aber man versteht nicht, was da überhaupt erzählt wird. Wenn man diese KI-Mission gar nicht gespielt hat. Also das hat für die Spielhandlungen keinen Unterschied, aber der Spieler versteht es nicht. Daher wollte ich das an dieser Stelle nur einmal erwähnen. Und damit bin ich nun letztlich am Ende von Mass Effect 1 angekommen. Ganz am Schluss im Showdown quasi, wenn ihr es so fast geschafft habt und dieser Kampf gegen die Sovereign aussteht, dann müsst ihr entscheiden, ob ihr den Citadel-Rat rettet oder ihn sterben lasst. In Mass Effect 2 scheint das eigentlich überhaupt keine Bewandtnis zu haben. Also ihr seht den Citadel-Rat in Mass Effect 2 noch nicht mal. Und ihr habt nur so ein kurzes Gespräch mit Udina und Endersen und es taucht eigentlich gar nichts auf. Aber ob ihr den Rat gerettet oder sterben lassen habt, verändert in Mass Effect 3 wirklich unzählige Kriegsaktiv-Bosten. Wobei ich jetzt gar nicht sagen will, ob das eine oder das andere besser ist, denn die halten sich wieder am Schluss irgendwo die Waage. Also wenn ihr den Rat gerettet habt, dann bekommt ihr mehr Azari-Streitkräfte. Aber die Streitkräfte der Allianz werden wiederum geschmälert, weil die sich mit der Bewachung der Destiny Ascension beschäftigen müssen und so ein Kram halt. Und ansonsten ist das mal wieder so diese typische Enttäuschung. Also wenn der Rat am Leben ist oder wenn er gestorben ist, ändert sich fast gar nichts. Also die Ratsmitglieder bekommen andere Namen und sehen leicht verändert aus. Also wie ihr hier gerade sehen könnt, das salarianische Ratsmitglied hatte jetzt gerade so ein etwas dunkleres Kostüm an. Hier blau-rot gehalten. Das wäre der normale Rat, den ihr jetzt gerade seht, der nicht gestorben ist. Und hier jetzt nochmal die gleiche Szene mit dem Rat, der gestorben ist. Wir sehen, der Salarianer hat etwas hellere Kleider an und der Torianer hat auch leicht andere Klamotten an. Aber ansonsten ist das Original das gleiche. Also diese Entscheidung aus Mass Effect 1 ist mehr oder weniger irrelevant. Aber ihr seht zumindest optisch eine kleine Veränderung. Und man hört es tatsächlich in einem Dialog. Also in dieser Szene beschwert sich irgendwer, dass Shepard mal den Rat geopfert hat. Aber das war's. Und dann gibt es noch genau so eine bekloppte Entscheidung, die auch mit dieser Szene hier quasi zusammenhängt. Also mit der Abschlussszene von Mass Effect 1 und auch dieser hier. Ihr könnt am Schluss von Mass Effect 1 entscheiden, wer das neue menschliche Ratsmitglied des Citadel-Rats werden soll. Also entweder Botschafter Odina oder Captain bzw. Admiral Anderson. Und das hat wirklich so gar keine Auswirkung. Also in Mass Effect 2 gibt es eine winzige Szene und da hat Admiral Anderson dann auch wieder nur was anderes an, ob er jetzt Botschafter oder Ratsmitglied ist. Und in Mass Effect 3 ist es vollkommen egal. Egal, wen ihr ernannt hattet, in Mass Effect 3 ist Udina einfach das Ratsmitglied und Anderson quasi euer Vorgesetzter. Es hat sich gar nichts verändert, egal was ihr entschieden habt. Und damit bin ich jetzt nach 30 Minuten tatsächlich mit meiner Auflistung der wichtigsten Entscheidungen aus Mass Effect 1 durch. Und jetzt müsst ihr quasi entscheiden, ob ihr irgendwas davon umsetzt oder euch das alles total scheißegal ist. Wie auch immer muss ich sagen, die Zusammenstellung dieses Videos war echt aufwendig. Also aus den ganzen Spielen die einzelnen Spielszenen rauszusuchen und die Unterschiede zu erarbeiten. In diesem Sinne würde es mich sehr freuen, wenn ihr einmal den Like-Button hier auf YouTube anklickt, damit dieses Video vielleicht den ein oder anderen Abrufer mehr bekommt. Vielen Dank! Botschafter der Allianz nehme ich ihr Angebot an. Die Menschheit wird ihre Stärke mit der Iren vereinen. Wir werden unseren Sitz im Rat einnehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten?